Diese Folge Baywatch Berlin wird euch präsentiert von Noto, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Pressen. Die Krokusse stechen durch die Hundescheiße, suchen sich ihren Weg nach draußen. Frühling in Berlin. Schön. Ich dachte, du meinst uns schon wieder mit dem Krokusse. Ich dachte, es geht gleich schon wieder los. Du bist Schmiddy-Mack-Schmidt-Face und du bist Jakob-Face. Fantasievoll, sehr gut. Nein, weißt du, wo ich das her habe? Das finde ich immer sehr lustig, wenn dann irgendwelche Unternehmen immer noch nicht mitgekriegt haben, dass es eine extrem schlechte Idee ist, im Internet abstimmen zu lassen, wie irgendwas heißen soll. Das ist ja immer dumm. Und das haben die jetzt wieder gemacht mit so einem großen Schiff, so ein Hilfsschiff oder sowas ist das. Also so ein offizielles Schiff von der britischen Regierung, also tatsächlich in offiziellen Aufträgen unterwegs. Ich glaube, so ein Rote-Kreuz-Schiff, irgendwas so in dieser Richtung, ein Riesenteil. Und dann haben die auch im Internet gesagt, wie soll das heißen? Und das haben sich die Engländer nicht zweimal sagen lassen und haben dann abgestimmt. Und jetzt heißt es wirklich so, das muss man ja auch sagen, da haben sie dann ja bis zum Schluss dann wirklich dann eben auch den Humor. Es heißt jetzt Boaty McBoatface. Ja, sehr gut. Verwandelt. Weißt du, wenn mir das zuletzt aufgefallen ist, dass man sowas nicht ins Internet geben sollte? Da wurde der Name gesucht für den Mannschaftsbus von Borussia Mönchengladbach. Ach, da hat Joko damit rumgezündelt. Genau, dass Joko Winterscheidt großer Gladbach-Fan ist und der hat dann die Fans aufgestachelt, dass der Joko heißt. Und tatsächlich war es, glaube ich, sogar so, dass die Abstimmung ergeben hat, der soll jetzt Joko heißen. Und Joko musste dann in einer diplomatischen Verwicklung von dem Gesuch zurücktreten. Und der hieß dann irgendwie, glaube ich, wie das Gladbacher Maskottchen oder so. Aber eigentlich wissen wir, der Bus hätte Joko geheißen müssen. Ja, aber ist ja Horror, weil natürlich die Leute, die das dann abstimmen, sind ja jetzt auch keine Gladbach-Fans. Das heißt, die richtigen Gladbach-Fans. Die sind dann sauer, genau. Die hassen ihn. Ja. Und ich weiß auch, dass er da im Stadion war und dann sollte er da noch hin. Und dann ist das sowieso so richtige Fußball-Fans, die lieben es ja, wenn der... Ein Arschlo aus dem Fernsehen erst mal kommt. Erst mal das. Und auch wenn der Verein sagt, wir machen jetzt auch was bei Social Media. Wir haben jetzt einen eigenen Insta-Account. Das ist auch bei Hertha ein Riesenerfolg gewesen. Ja, natürlich. Dass, wenn da jemand eingekauft wird, um zu sagen, wir machen uns jetzt ein bisschen zukunftsfit. Das finden gerade die alten Fans immer richtig gut. Und man sagt, toll, dass wir auch das schaffen, ins Jahr 2021 zu gehen. Ja, das wird einfach anerkannt. Die Bratwurst ist jetzt digital. Das ist das Motto, ne? So ist es. Und sowas dann auch, dass dann Joko da im Studio, wie heißt das denn, im Stadion war. Im Stadion, sagt man, ja. Und ja, da waren jetzt gar nicht unbedingt alle seine Follower auf den Rängen, auf der Gegengrade. Ich höre euch, da wäre ich nicht hingegangen. Die hätten mir da bieten können, was sie wollen oder erzählen können, was sie wollen. Ich wäre da an Jokos Stelle nicht hingegangen, im Büßergewand und hier wie die Passion Christi in das Stadion gehen und sich da als Medienarschloch auspfeifen zu lassen, der in der Geschichte von Gladbach rumrührt. Aber wie könntest du dich denn als, ja, inzwischen Medienprominenter für deinen Siebtliga-Club FCK ein bisschen stark machen, Schmidi? Wie könntest du denn den FC Kaiserslautern mal so wieder so ein bisschen ins neue Jahrzehnt Peter, mit deiner Prominenz? Du hast dich da versprochen mit dem Siebtliga, ne? Ach so, welche Liga seid ihr? Ihr spielt noch Fußball oder macht da schon Handball? Habt ihr schon umgeschult? Ich wünschte es. Seid ihr schon in der F-Jugend? Was ist denn das für eine Liga? Ich weiß wirklich nicht. Es ist Dritte. Kommt das im Fernsehen? Noch ist es Dritte. Ja, man muss aber schon was dazu buchen und zwar kein Sky. Du musst von einem Medienunternehmen noch so einen Extra-Kanal dazu buchen, damit du die Spiele sehen kannst. Offenen Kanal Saarbrücken, da kann man das sehen. Ey, weißt du, was geil wäre, dass man so für sechs Euro im Monat Mario Basler buchen kann, der ihm dann von den Spielen erzählt. Weißt du, das ist so als Konkurrenz zu Sky, rufst du dann so Mario, sechs Euro sind da, wie war's? Na du, wir haben gespielt, war scheiße, wir haben verloren. Ja, danke Mario, bis nächste Woche. Das ist immer ein gutes Ding. Ja, was kannst du da tun, Schmidi? Was kannst du für den FCK leisten? Also ich kann natürlich jetzt nicht irgendwie das bieten, was ein Joko bieten kann oder irgendwie so. Ich kann jetzt kein Licht auf den Verein werfen. Aber Schatten, du könntest viel Schatten draufwerfen. Das übernimmt ja Mark Forster schon, die arme Sau. Aber ich bin einfach nur hart leidensfähig. Was im Moment, Mark Forster macht auf der einen Seite die Maus und auf der anderen Seite diesen Fußballverein. Ja, ist ein großer FCK-Faktor. Kann er da nicht auch mal ein Lied machen? Ich hatte eine gute Idee. Der hat doch jetzt, hier kommt die Maus, also der hatte praktisch dieses Stefan-Raab-Erbe übernommen und er hat das neue Maus-Lied gemacht. Kann er nicht so ein KSC-Lied da nochmal machen? KSC, Alter, du Arschloch. Was hat ihr denn für Viecher? KSC? KSC ist was ganz anderes. Was ist das denn jetzt noch? Karlsruhe. KSC ist was ganz anderes. Ist mir jetzt egal. Was für einen Viech habt ihr? Ein Teufel. Ein Teufel. Hier kommt der Teufel. Da kann man doch irgendwas machen, oder? Da kann doch irgendwie so ein Teufel-Lied, kann doch Mark Forster mal singen. Nee, du könntest das doch mal singen mit Gloria. Und dann gehst du mal auf die Betzebärche. Aber erst nach der Pandemie und dann ziegst du mal da was vor. Soll ich euch mal sagen, dass ich tatsächlich auf dem aktuellen, da gibt es so eine CD, da sind ganz viele Künstler drauf, die für Werder Bremen Musik machen. Aha. So, und da habe ich einen Song drauf. Nee. Ja. Wie? Halt. Vergessen, wie der heißt. Du bist doch überhaupt kein Bremen-Fan. Du bist doch Wolfsburg-Fan. Nee, aber Mark, mein Gloria, mein musikalischer Leiter bei Gloria. Ja, Mark Taverson. Ja, der ist großer, der kommt ja aus Bremen und der ist großer Werder Bremen-Fan und der hat dann gesagt, so kam so an und meinte, dir ist das ja eh egal, können wir nicht ein Lied machen für Werder Bremen? Ach. Ja, und das heißt irgendwas mit grünes Gift oder ich weiß nicht, hab ich einmal eingesungen, hab ich einmal gehört, hab ich gesagt Spitze und dann kam das da rauf und hab ich nie wieder gehört. Aber was singst du denn da so? Weiß ich nicht mehr. Dürfen wir das hier im Podcast kurz mal anspielen? Ist das erlaubt? Mir egal, ja. Würde mich auch interessieren. Ja, ich hab das auch vergessen, was ich da singe. Ja, also und vor allem das Logo sieht ja ein bisschen so aus wie Wolfsburg, insofern war mir das egal. Das stimmt nicht, aber ab Pfeife, spiel mal ab. Also ich hab den großen Chor der Fußball-Lieder. Das sind die Ultras, da geht denen ein Herz auf, wenn sie sowas hören. Na klar, die wissen, ich stehe hinter ihnen. Ich bin der zwölfte Mann, bin ich. Ja, naja, eindeutig, ja. Natürlich, ist ja wohl logisch. Ja. Wisst ihr, was ich, eine echt witzige Anschaffung, die ich aber jetzt also wieder zurückgeschickt habe, weil ich mich da verkauft hatte. Also ich hab mich ja oft verkauft in meinem Leben, aber in dem Fall hab ich mich richtig verkauft. Ja. Ich wollte so eine Gravity-Decke haben. Ja. Weil Schmitty dich gemikroinfluenzt hat? Na klar. Ja. Weil Schmitty hat doch von der Gravity-Decke hier erzählt. Ja, ja. Ach, das ist jetzt peinlich, oder was? Nee, Moment, nee, mir ging das halt wie allen anderen auch. Es war eigentlich eher die digitale Nachhut. Wir haben das ja hier zweimal gesagt und das geht ja auch allen Hörern von Baywatch Berlin, so dass ja vollgemüllt werden in ihren Timelines mit Sachen, die wir hier besprechen. Vollgemüllt, die Ads werden optimiert. Ja, das heißt, man hat Ads durch Schmitty und da wird man dann so oft, kommt das praktisch auf Wiedervorlage, dass man irgendwann denkt, ach, jetzt kaufe ich das, damit da Ruhe ist im Buff. Und dann habe ich mir da irgendwas da angeklickt und dann kam das zu mir und dann war das doch nicht die Decke. Weil die haben natürlich von dieser Firma gedacht, okay, wenn die Leute schon so blöd sind und sich zwölf Kilo schwere Decken kaufen, dann sind die bestimmt auch so blöd und kaufen sich andere Sachen, die total schwer sind. Was hast du jetzt, eine Gravity Jeans oder was kommt als nächstes? Pats ab. Ein Hut. Gravity Hut. Schuhe. Also es gibt tatsächlich, und ich habe das aus Versehen gekauft, ein Gravity Bademantel. Was eine Scheiße, ey. So blöd. Also jetzt bitte, über bitte keine Nachrichten schicken, warum das doch gut ist und dass die Schultern sich dann super aushängen oder ich will das alles nicht hören, spart euch eure Expertise, irgendwelche Physiotherapeuten, die sagen, das ist ganz toll, wenn man sich da Gewichte an die Arme hängt oder so, ja, 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 aber wirklich einfach ein enorm schwerer Bademantel und wenn man jetzt ein Gefühl hat, am Wochenende, wenn man so einen Bademantel trägt, man kommt eh schon schlecht aus dem Bett und es zieht einen eigentlich alles wieder zurück in die Kuhle, in der man die ganze Nacht lag, dann ist natürlich das Schlechte, was man machen kann, sich so, also man wird ja buchstabend. Buchstäblich runtergezogen von dem Ding. Ja. Und das will man ja nun überhaupt nicht, man möchte auch in den Tag starten, gerade jetzt, ich habe es gerade gesagt, die Krokusse sind da, der Frühling kommt, man will die Fensterläden aufschlagen bei seinem Schwarzwaldhäuschen, davor steht schon der Blumenkasten, draußen zwitschern die Vögel, ist ein blauer Himmel, eine strahlende Sonne. Und der Bergdoktor friemelt an seinem Mercedes was rum. Der Bergdoktor macht unten ein paar Insta-Stories. Ja. Ja. Und man sagt, Frühling, komm zu mir, so, ne, und man will sich ja nicht morgens sofort da das Gewand anlegen, um dann irgendwie auf allen Vieren zur Kaffeemaschine zu schieben. Das ganze Gewicht deines Gravity-Bademantels lastet auf deinen Schultern und das im Frühling. Ja, falsch. So, und deswegen habe ich gesagt, könnt ihr wiederhaben, tschüss. Braucht man eine Gravity-Badehose? Wirklich jetzt mal für den Sommer, dass man so ganz lang unter Wasser bleiben kann. Ja, Gravity-Stift, damit man länger schreiben kann. Damit man dranbleibt an der Sache. Aber dranbleiben, bestellst du jetzt auch noch die Gravity-Decke oder hast du die Schnuze voll? Irgendwie bin ich jetzt draufgekommen, dass die mich wahrscheinlich grundsätzlich verscheißern wollen. Ich bin jetzt über diesen dann doch frechen Seitenarm des Geschäftes, auf den ich da reingefallen bin, draufgekommen, dass es grundsätzlich vielleicht eine Betrugsmasche sein könnte. Hast du nochmal nachgelesen, ganz kurz, um noch bei dem Thema zu bleiben, was ein Gravity-Bademantel wirklich bringen soll? Das würde mich ernsthaft interessieren. Haben die nicht so richtig. Also ich habe auch gelesen, da ist so eine sehr gut gelaunte Frau mit so einem sehr gut gelaunten Mann drauf, die so morgens tatsächlich in der Küche stehen und sich da so ein Brot schmieren und extrem gut drauf sind und so aussehen, als würden sie einen normalen Bademantel anhaben. Man spürt aber schon jetzt als Mensch, der sich vorstellen kann, wie so ein Set aussieht, in dem dieses Foto gemacht wurde, spürt man schon, dass sofort, nachdem es Klick gemacht hat und der Fotograf gesagt hat, wir haben es, kommen drei Leute reingerannt, die normalerweise angerannt kommen und so eine goldene Notfalldecke dabei haben. So in dieser Mentalität kommen die angerannt und reißen denen das von den Schultern, dass da keine bleibenden Schäden bleiben. Und wie ist das, scheust du dich jetzt besonders davor, dieses Paket mit dem Gravity-Bademantel zurückzubringen, weil es natürlich auch sauschwer ist? Zurückzubringen. Naja, du musst es ja zur Post bringen. Nö, das können die ja wieder abholen zu Hause. Achso. Jaja. Nö, nö, das kann man ja alles, also nö, nö. Das kriege ich dann schon irgendwie hin. Also da habe ich hier mir so ein, in Berlin sagt man Robben und Wienches. Ne, Robben und Wienches, das ist eine Robbe, sagt man. Das sind diese Dinger, die kosten 5 Mark. Ich miete da mal eine Robbe. Ich miete eine Robbe, heißt das. Das heißt, wenn man sagt, ich ziehe um, aber ich habe nur vier kaputte Bettgestelle, einen kaputten Malmschrank, der sieben Jahre alt ist. Und einen halben Freund, der das mitbringt. Drei Socken und so eine Tea-Box, wo mein Fernseher drauf stand. Und wenn man nur das hat und praktisch mit dem alten Bierkasten mit noch guten Pfandflaschen, wenn man mit dem umzieht, dann holt man sich eine Robbe. Ja. Ja, die kostet nicht viel und ist halt so ein Wackelauto, mit dem man rumfahren kann, wenn man so Tunnel in den Ohren hat. Die meisten Leute, die mit einer Robbe rumfahren, haben Tunnel in den Ohren. Das stimmt, ja. Ja. Sag mal, wollt ihr sowas mal machen? Das wäre doch mal was. Will einer von euch nicht einen Tunnel sich mal machen? Ich nominiere Schmitti. Ja, möchtest du dir? Schmitti, du bist doch gerade drauf und dran, deinen Look zu verändern. Ja. Wäre da nicht noch Platz für eine kleine freche Neben... Also weil sich so ein George Michael Ohrring anzuhängen, da ist jetzt durch schon wieder in Neukölln. Die Ersten nehmen sich schon wieder raus, die schmücken sich schon wieder ab. Ja. Wie nach Weihnachten. Da wird schon wieder abgeschmückt. Aber so ein Tunnel, das ist ja was fürs Leben. Da dehnst du erstmal ein halbes Jahr. Mhm. Mit immer größer werdenden... Pflöcken. Pflöcken und Pfropfen. Die du dir dann in die Ohren machst. Ich finde das auch schade, dass du so normale Ohrläppchen hast, Schmitti. Die sind so normal. Das kann was Extravagantes machen. Und richtig geil sieht es aus, wenn man irgendwann entscheidet, ich möchte das jetzt nicht mehr haben. Wenn man einfach sagt, ich mache den Flock raus und lasse so ein bisschen hängen. Ja. Und dann ist es einfach so ein zusammengefallenes Loch. Wir müssen ihn immer antworten lassen. Er ist drauf und dran zu sagen, jawohl, wo muss man da hingehen. Und bevor er das tut, möchte ich auch schon mal alle Schmittis da draußen aufrufen, die so ein bisschen Photoshop-Skills haben. Was wollt ihr denn mit... Dass sie hier schon mal einen Modellversuch machen, dass man schon mal sieht im Internet, wie könnte es aussehen, wie schön wäre es eigentlich. Bitte macht das, bitte schickt uns Fotos, verlinkt uns da drauf. Wir wollen das sehen. Wie toll sieht Schmitti aus mit diesen Löchern? Das kann sich auch jeder irgendwie vorstellen, imaginieren. Es gab eine ganz schlechte Vorstellung. Und vor allem, das ist die größte Zeitverschwendung, die man überhaupt angehen kann. Also die Antwort muss ich nicht wirklich geben. Doch. Aber da kommt eine Frage so. Was habt ihr denn für Jugendsünden, vor denen euch eure Eltern bewahrt haben? Also ich sage es dir gleich. Ich möchte... Nee, sag mal jetzt. Ja, ich möchte aber, dass wenn du... Nein, es gibt keinen Tunnel beim Schmitt. Ja, okay. Aber wenn du das hättest, wenn du gedehnte Ohrläppchen hättest, fände ich es super gut, wenn man so... Wir sitzen dann hier und setzen unsere Kopfhörer auf, bevor wir mit dem Podcast anfangen. Und dass man dann so sagen muss, so bevor es losgeht, bevor einer ein Foto zum Beispiel macht, sagt man, Schmitti, der hängt ein bisschen Ohrläppchen noch aus dem Kopfhörer raus. Du musst den so reinstopfen. Dann weißt du, wie so ein T-Shirt, was einem unter dem Pulli raushängt. Also so ähnlich müsste man so das fleischige Ohrläppchen nochmal reinschieben in die Hörmuschel. Zurück. Und für alle Nachwuchskrafiker da draußen, die sich jetzt daran versuchen, das zu malen, wie mir das Ohrläppchen unter dem Kopfhörer raushängt. Ich weiß es ja. Ich kann es mir ja schon... Ich weiß es ja schon, ne? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich brauche da ein Bildlichen beweisen. Das schöne kleine Detail auf allen Bildern. Darf ich mit deinen Ohrläppchen spielen? Ja, aber lauf nicht so weit weg. Also was ist denn heute los, ey? Ich bin heute wirklich gut gelaunt gewesen, weil erstmals seit drei Sendungen, seit drei Folgen hier, hatte ich nicht frei. So, also ich bin eigentlich erst mal guter Laune. Ich war ein bisschen angesäuert, die letzten zwei Folgen. Und diesmal habe ich es echt so, das ist super. Und jetzt kann ich, Schmitty, mach hier, mach hier, FCK, mach hier, blablabla. Ich habe auch noch was zum Thema Echsen. Ja, super. Also meine Jugendsünde, vor der mich meine Eltern bewahrt haben, ist alles, was man mit dem Körper machen kann. Alles. Wirklich. Ich hätte heute eine gespaltene Zunge. Ja. Ich hätte wahrscheinlich... Echt? Du bist du so einer? Piercing im Penis und hätte mir wahrscheinlich, hätte ein Arschgeweih und... Hast du mit deiner Mutter über das Piercing im Penis gesprochen? Und die hat gesagt, klar, das Piercing im Penis. Ich habe gesagt, mach mal bitte, Prinz Albert. Bitte, bitte, bitte. Und dann hat sie gesagt, nein, kannst du alles machen, wenn du 14 bist. Aber warst du so ein Typ, der sowas wollte? Naja. Oder hast du mit deinen Eltern über Tätowierung gesprochen? Ja, also genau. Tätowierung war, also, ja, brauch dich nicht fragen. Aber was hättest du gern gemacht als... Also, es ging ganz harmlos los. Aber das war schon, da wurde schon gesagt, wie hier zu Hause offenbar der Wind weht. Ja. Ich wollte erst mal mit 8, 9, wirklich im zarten, unschuldigen Alter von 8 und 9, wo man modisch sowieso jetzt noch nicht so viel leisten muss, weil man danach nicht nur bewertet wird, wollte ich so ein kleines, freches Schwänzchen da hinten haben in meiner Frisur. Ah, das hast du schon mal erzählt. Ja, genau, ja. Das wollte ich haben. Ei, ei, ei. Und da hieß es, vergiss es. Du kriegst nicht so ein Schwänzchen, alle, die sowas haben, sind dumm. Direkt eingefeuert gekriegt. Ja, zurecht. Ja, genau. Und dann hat es geheißen, nee, da geht Papa nicht mal mehr mit dir zu Famila einkaufen. Und war Piercing Thema? Piercing war auch ein Thema, aber halt auch sofort nein. Genau, ich wollte auch überall ein Piercing drin haben. Ist doch auch irre, wie sich so der Blick auf coole Eltern in Anführungsstrichen ändert, weil damals hat man ja gedacht, in der Schule, wenn Eltern so cool waren, dass sie das erlaubt haben, dass sie super gut drauf sind. Heute weiß man, die Eltern ist nicht erlaubt. Vermutlich heroinabhängig. Sind besser drauf. Heroinabhängig. Und es gab zum Beispiel, es fing auch ganz früh an, dass ich auch wusste, dass mein Vater auch recht haben wird, weil es gab in den 90er Jahren, gab es mal so eine Zeit, wo Leute, die ein Auto hatten, junge Leute, die ein Auto hatten, sich so einen Aufkleber aufs Auto gemacht haben, wie so ein Farbklecks. Erinnert euch da? Ja, so Neonfarben. So Neongrün, Neonpink und so, so Farbklecks aufs Auto, vorne auf die Motor, aber so in die Ecke so. So über dem Scheinwerfer war dann da so ein Farbklecks. Und da habe ich zu meinem Vater gesagt, weil unser Nachbar hatte das, dann habe ich gesagt, wenn ich ein eigenes Auto habe, dann mache ich mir da auch so ein Klecks drauf. Weil er das auf seinen nicht wollte. Ja, logisch. Weil ich natürlich sauer war auf ihn, weil ich dachte, wie uncool kann man sein. Und dann hat er zu mir gesagt, eins verspreche ich dir, wenn du irgendwann mal ein eigenes Auto haben wirst, dann möchtest du diesen Farbklecks sicher nicht da drauf machen. Ich habe gesagt, auf jeden Fall. Nein doch, nein doch, nein doch. Und heute muss ich sagen, er hat recht behalten. Ja. Sieht schick aus deinem Farbklecks auf dem Auto. Aber das wäre was, ne? Diese Dinger, ich würde sie wirklich, also wir sind dafür, also diese Bubble erreichen wir nicht, weil diese Leute hören, glaube ich, den Podcast nicht. Aber das wäre so ein 90er Jahre Ding, was die bislang noch nicht auf dem Radar haben. Die ganzen Ironie-Heinis. Ja. Das wäre was. Die haben aber alle keine Autos. Aber aus Lastenfahrrad könnte man es ja klären. Ja, heutzutage hat man natürlich kein Auto, weil man will ein Auto haben. Also die, die. Ich wollte jetzt erst noch hören, warum Leute, die ironisch sind, keine Autos haben, Klaas. Nein, Leute, die in Berlin wohnen. Also Leute, die empfänglich sind für diese Ironie, Hipster-Quatsch-Mode-Kultur. Die haben alle keine Autos. Nee, warum? Also die meisten Leute, die, schlaue Leute, die in Berlin wohnen, haben keine Autos, weil man hier öffentliche Verkehrsmittel hat und keins braucht. Deswegen haben die kein Auto. Und wenn ich mir jetzt so ein Klecks aufs Auto machen würde, wäre ich dann entweder Heroin abhängig oder nicht gescheit. Naja, oder halt auch, also es kommt ja drauf an, also es ist jetzt. Ich gebe mir jetzt so ein Klecks aufs Auto. Du kannst dir ein Klecks aufs Auto machen. Ich finde das bei dir einigermaßen süß fast schon, wenn du sowas machst. Er hält aber nicht wegen dem Dreck. Naja, und weil es halt so eine gewisse, es schwingt ja so eine Ironie mit, da ist noch in Ordnung. Wenn du jetzt wirklich sagst, du willst was ganz Geschmackloses machen, wo nicht sofort die Ironie und somit eben das Bewusstsein, dass du weißt, dass es hässlich ist, durchscheint. Wenn du also mutiger bist und auf eine witzige Art was Hässliches haben willst, was aber wie gesagt nicht sofort jeder dechiffriert, dass du es aus Spaß machst, dann musst du dir so eine Katzen ins Auto hängen, die hinten die Scheiben verdunkeln. Weißt du, so Verdunklungskatzen, die man hinten auf dem Rückbank klebt und so. Das ist super hässlich und da denkt keiner, das macht der aus Witz, da denkt man einfach nur, er hat überhaupt keinen Geschmack. Das ist wirklich wie die Männer auf dem Stahlträger vom Ikea-Bild. Ja, aber das käme mir nie in den Sinn, durch irgend sowas auffallen. Zum Aufkleber? Auch ironisch oder so, da wäre ich nicht stark genug, dass man irgendwie sagt so, ich hänge mir da jetzt so eine Katze da hinten rein und hoffe drauf, dass drei von hundert Leuten das Ganze auch ironisch sehen. Aber dir so einen Tunnel reinmachen oder was? Ja, den natürlich, den schieß ich mir rein. Du würdest nicht mal so einen witzigen Golfball machen, der so aussieht, als ob der so in die Scheibe geflogen ist. Köstlich. Oder diese Hand, die hinten raus hängt. Ja, auch so kultig. Wo man so tut, als wäre da ein Toter drin. Ja, ist auch witzig. Weißt du, so eine Plastikhand, die hinten auf dem Kofferraum hängt. Wäre das ein guter Prank, wenn wir dieses Mal ins Auto kleben, Schmiddy? Ach du, wir können ja da drauf kleben, das macht auch nicht mehr weh. Okay. Wo waren wir denn jetzt? Na ja, Schmiddy, ich wollte eigentlich nochmal, nee, erstmal will ich Klaas nochmal die Chance geben, dass er nochmal zurücknehmen kann in diesen, im Internet so aufgeheizten Zeiten, dass alle Eltern, die ihren Kindern ein Piercing erlauben, heroinabhängig sind. Möchtest du das, möchtest du das mit einer entsprechenden Musik nochmal zurücknehmen? Was passt denn da für eine Musik? Also schon sowas Entschuldigendes, Richtigstellendes. Also ihr braucht da jetzt nicht so lange üben, ich werde das nicht zurücknehmen. Was? Nee, mache ich nicht. Du solltest nicht zurück. Es mag Ausnahmen geben, okay, aber für so Partikularinteressen sind wir zu breit in diesem Podcast hier. Wir sind jetzt, wir sind kein Spezial-Podcast für Subkulturen. Schwach Häuferumlauf. Ich muss über alle reden und da muss ich sagen, in Gänze, generell habe ich recht, es mag einzelne Ausnahmen geben und die bearbeite ich dann persönlich in, da könnt ihr meine DMs sliden und dann entschuldige ich mich bei euch einzeln. Schwach Häuferumlauf. Das ist wirklich eine richtig schwache Probleme. Also, mal was aus dem Leben. Ich habe einen Artikel gelesen über eine Echse, Schmidi, und das ist ein ernstzunehmender Artikel gewesen, pass auf. Was war passiert? Es stellt euch vor, eine Wohnsiedlung, ich glaube in Tschechien, ist aber auch egal, eine Wohnsiedlung und da ruft die Frau, eine Frau, eine Anwohnerin, die Polizei und sie meldet eine Echse, um genau zu sein, eine auf einem Baum lauernde Kreatur. Und es ist so, dass auch ihre Nachbarn Todesangst haben und nicht mehr die Fenster öffnen, weil sie Angst haben, dass dieses Tier, dass diese Echse ins Haus kommt. So, jetzt kommt die Feuerwehr. Offenbar in dem Land ist die Feuerwehr zuständig, ja? Und die sind, also hier steht es im Artikel, verblüfft. Denn dieses ekelerregende Tier hat weder Beine noch einen Kopf. Und dann gucken sie genauer hin und stellen fest, es ist ein Croissant. Es ist ein Croissant. Ist das nicht witzig? Da müssen wir erst eine Woche lang ein Croissant, eine ganze Siedlung, eine ganze Siedlung, Angst und Schrecken versetzt. Aber wie groß war denn das Croissant? Ich weiß es nicht. Ein ganz normales Croissant. Also man hat doch nicht Angst vor einem 10 cm Croissant, das da irgendwo im Baum hängt. Na, wer weiß. Also so ein kopfloses Monster, was lauert. Ein Croissant im Baum. Also ich finde hier, wieder einmal lauert hier wirklich einen spitzen Scherz. Also ich werde in Zukunft, wenn ich das Croissant nicht esse, werde ich es im Baum legen. Das ist ja sensationell. Ja, wer weiß, was der noch für Leute dazuholen kann. Vielleicht kennst du noch ein gewalttätiges, heroinabhängiges Baguette. Ja, aber die haben das Croissant natürlich ins Tierheim gebracht und da kann man sie jetzt bewerben als Herrchen. Ach toll. Werbung. Oh Mann, Leute, der Winter war lang. Das stimmt, ja. Das war irgendwie, der war länger als sonst. Der war jetzt nicht viel kälter und jetzt auch nicht tatsächlich länger, aber kam einem durch diesen ganzen Mist länger vor. Ich finde, wir haben uns verdient, dass es jetzt langsam wieder ein bisschen wärmer wird und dass man wieder schöne Sachen machen kann. Zum Beispiel Grillen. Ja, angrillen. Das angrillen nach dem langen Winter. Ja, wisst ihr denn, dass es bei Aldi jetzt ein Riesengrillsortiment gibt? Nein, wusste ich nicht. Es gibt aber bei Aldi wirklich ein Riesengrillsortiment. Soll ich mal sagen, was es da alles gibt? Influenz mich, was es alles gibt. Schmidi, kick it! Bei Aldi gibt es jetzt zum Grillen Biolax. Da kann ich euch empfehlen, macht doch mal so ein kleines Schiffchen aus Alufolie, da macht ihr ein bisschen Gemüse auf den Grill, ein bisschen Feta-Käse und dazu dann ein schönes Stück Biolax. Aber natürlich für Wurstfans ist auch was Schönes dabei. Die Bio-Nürnberger-Würstchen von Aldi, das sind diese ganz kleinen würzigen Würstchen, von denen man fast nie genug essen kann. Da kann man drei essen, vier, aber auch sieben. Ich schaffe immer 16. Barbecue-Garnelen mit Kräutermarinade, das schmeckt lecker. Richtig schöne Garnelchen, schön in der Kräutermarinade eigentlich. Und da kann man ja nicht schön noch von fressen, wenn man den Süchtischmacher von Aldi dazu packt. Die Barbecue-Soße mit Aioli, richtig schön. Aber es gibt auch schönes Baguette mit Gartenkräutern, kann man auch schön auf den Grill tun. Dazu, als kleiner Nachtisch, frisches Obst und Gemüse. Natürlich nicht für den Grillen, das ist für den Nachtisch. Und natürlich, das ist auch klar, gibt es bei Aldi auch vegane Alternativen. Für alle die, die sagen Fleisch, nein, danke. Alle Infos auf aldi-nord.de slash grillen oder aldi-süd.de slash grillen. Je nachdem, wo sie wohnen. Ich habe mir noch ein Claim ausgedacht. Aldi, da tue ich gerne shoppen. Also, auf in die nächste Aldi-Feliane und alles fürs Angrillen am Wochenende besorgen. Guten Appetit. Werbung in die. Apropos Tierheim, bei mir kommt heute Abend der Tierarzt, ne? Wieso, was hast du denn? Hast du Flö? Hast du Flö? Ne, ich habe Problemkatzen, ne? Der Tierarzt und eine halbe Flasche Wodka. Viel Glück. Also, so wird das nichts mit der Impfung, Schmidli. Was ist denn mit deinen Viechern? Ne, die musst du mal so durchchecken lassen und so die Krallen schneiden und sowas, ne? Und da kommt der zu dir? Ja, das Problem ist, ich kriege die beim besten Willen nicht in die Käfige da, um den da hinzufrehen. Also wirklich, die sind so verwöhnt. Weil du Gefühle hast? Ne, weil die einfach, die zerlegen mich. Die zerfleischen mich. Wirklich? Und ich habe jetzt schon Angst, also ich schäme mich zu Tode, dem Tierarzt zu erklären, wie wenig die Bindung zwischen mir und den Katzen, wie das Vertrauen, also die auf den Arm nehmen oder so, ist Todesgefahr. Aber wie kriegst du denn, wenn du die mal loswerden, willst du die Viecher aus der Bude? Wenn du mal keine Lust mehr hast auf die? Na, fändst du auf, ne? Ah, das würden die machen? Ja, mit dem Besen hinterher. Ja, klar, in dem Moment, wo die Tür aufgeht, sind die schneller weg, als in der Tat. Darum geht es ja nicht. Ich bin der Erste, wer flüchten wollte aus meiner Bude. So, und was ist jetzt deine Angst nochmal? Das muss ich ja auch verstehen als Nicht-Tierfreund. Also es ist keine Angst, ich weiß nur, ich kann die nicht bändigen. Also wenn der Arzt klingelt und ich musste mir extra jemanden holen, der zu mir nach Hause kommt, das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise nimmt man die kleinen putzigen Viecher so ab in so einen kleinen Käfig und dann fährt man da hin. Und dann wartet man da mit irgendwelchen Runden. Ja, die machen aber schon immer richtig Radau. Die machen da richtig Radau und ich kriege die da nicht rein. Ich habe das einmal gemacht bei meinem Umzug und dann habe ich da Fiene da rein und dann hat die aber fast menschlich geholfen. Und dann hat sie so in dem Käfig rumgeschlagen, dass der so fast einen Purzelbaum gemacht hat. Und die ist wirklich durchgedreht, die hat nicht mehr aufgehört, hat so ganz schnell geatmet, fast eine Herzstelche. Die hat wirklich Todesangst. Naja, vor allem, das ist ja wirklich wie so eine kontrollierte Sprengung. Also das ist wie so ein Sprengeimer. Die rasten dann praktisch in dem Ding so aus, dass du das Gefühl hast, da drin geht eine Granate los, aber ist halt begrenzt auf diesen Raum, wie bei Hurt Locker oder so. Weißt du, bei so Bombenentschärfungen, die dann in so einer Vorrichtung dafür stattfinden. So rasten die aus. Die halten sich wirklich mit allen vier Füßen oder Händen oder wie man das nennt, halten die sich so fest an der Öffnung. Weißt du, man müsste sie so am Bauch in der Mitte so reindrücken und das ist nicht schön. Und du schämst dich jetzt ein bisschen vor dem Arzt, dass der halt schnallt, dass deine Viecher eigentlich nichts als weg wollen von dir. Wenn der heute Abend zu mir sagt, so jetzt, dann bringen sie mal die erste Katze, dann muss ich leider sagen, kann ich nicht bringen. Weil die gehen nicht bei mir auf den Arm. Wenn ich so ankomme, dann rennt die weg. Ich habe eine Nachbarskatze, die kann ich auf den Arm nehmen. Das hilft mir jetzt aber nichts. Nee, aber wenn ich nur sagen wollte, also das liegt manchmal vielleicht auch an den Katzen. Natürlich liegt das an den Katzen. Also wenn du jetzt, du könntest, also ich, nee, nee. Nee, an mir liegt das nicht. Das weiß ich ja eben nicht. Also ich dachte, das wäre jetzt deine Befürchtung, dass die Katzen dich persönlich so ablehnen. Ja, wahrscheinlich ist da auch was. Weil diese Katze zum Beispiel, die kommt immer einfach rein und dann muss man immer gucken, bevor man abschließt, ob die noch irgendwo rumsitzt, damit die da nicht stirbt oder was. Oder da alles vollpisst oder so. Und die Katze habe ich dann irgendwann mal, um das ein bisschen, ja, schneller zu machen, diese Situation, habe ich die dann immer mal so gepackt und habe festgestellt, ich finde das schön. Und seitdem will die immer auf den Arm. Nee, das habe ich da nicht. Also heute Abend wird peinlich, der wird, ja, ich habe aber schon dazu geschrieben, sehr schwierig, bitte lange Handschuhe und so, ne. Also die wird sich wehren. Es sind Angstkatzen, Panikkatzen, Terrorkatzen, Eisenein. Ist das so ein Begriff, Angstkatzen? Ja, Angstkatze ist ein Begriff. Und ja, wie muss man die jetzt überreden? Also gibt es da irgendwie, kannst du schon vorher auf die einwirken? Ich hoffe auf die Expertise. Ich meine, der Mann hat studiert, der da heute Abend kommt. Oder der muss ein Blasrohr mitnehmen. Oder das. Also ich könnte mir vorstellen, du hast ja gerade gesagt, lange Handschuhe. Also wenn er die, sagen wir mal, also in so einer Art Inszenierung anzieht, würde ich als Katze auch sagen, ich mache mit. Ja, bevor der da Pantomime aufführt und so, ne. Wenn er so einen ganz langen Handschuhe anzieht, da würde ich als Katze denken, oh. Ja, ich weiß, dann verkriechen die unter Bett, dann muss man die irgendwie da rausholen, dann kotzen sie alles voll und so. Es wird einfach heute Abend ein Schlachtfest, so wie bei Braveheart wird das, die Schlacht von Sterling. Und was wird denen dann jetzt gemacht, was kriegen die? Habe ich doch gesagt. Manipedi. Manipedi, wie du im Sohohaus? Ja. Und dann gibt es noch ein paar Spritzen, so ein paar Impfungen. Und Entwurmen und so ein Quatsch. Also ich weiß nicht, so ein Rundum-Check. Ah ja. Alles, was ich mir nicht gönne. Ja, lebst du deine Träume über deine Katzen? Bist du so eine richtige Hockey-Mom? Ja, was ist denn dein Ziel mit den Katzen eigentlich? Ja, die müssen prominent werden. Das ist ja immer das Ding, die werden dann angemeldet bei Superpads und die müssen das, was er nicht hingekriegt hat, weil er jetzt mittlerweile zu alt ist für so eine neue Karriere, das müssen jetzt seine Katzen für ihn erledigen. Ich hoffe sehr auf die neue Show-Idee von Sat.1, dass es irgendwann mal wieder was gibt, wo man seine Katzen da vorführen kann. Oh, das fände ich gut. Jetzt habe ich Sat.1 gesagt. Ja, das ist nicht gut. Aber Schmin, nur bevor wir zu Sat.1 kommen, Klaas und ich würden dann so Backstage stehen mit dem Moderator oder der Moderatorin der Sendung, die für die Backstage-Moderation eingeplant sind. Das ist gut. Und würden dir dann so die Daumen drücken und sagen, der packt das. Wenn du da mit deinen Katzen deine Tricks machst, stehen wir da so als O-Ton-Geber. Kommt ihr danach auch und sagt so, ist nicht schlimm, sind alles Arschlöscher. Ja, das machen wir gerne, ja, ja. Ja, genau, das machen wir auch. Wenn du dann ausrastest. Weil du natürlich in dem Moment, wo du nicht in Recall kommst mit deinen Viechern. Ja, weil deine Viecher nur einpissen und umwohin gekackt haben und das war's. Ja, genau. Und dann führst du vor, wie sie nicht in den Korb gehen oder so. Ist das so, sagen wir mal, denk, ja. Gut, Moschner, du hast keine Ahnung. Ja, dann kriegst du, das ist dann gut, wenn du so einen richtigen, so einen wütenden Heulkrampf kriegst. Der Schmitty ist auch so einer, das sieht man ja gerne in solchen Sendungen, der reißt sich selber das Mikro ab. Das ist ja eine der höchsten Eskalationsstufen, ist es, im Fernsehen sich selber das Mikro abzureißen. Würde ich hundert Prozent machen. Du reißt das Mikro ab und knallst das dann so auf den Boden und sagst, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Ihr Wichser. Ja, aber dann musst du aber auch so wütend durch die Zähne schreien. Jetzt wird doch alles Wichser, Wichser. Ganz wichtig ist, mit der Patschehand da auf die Linse von der Kamera. Genau. Diese runterdrücken. Hör mal auf, du filmst, ihr Wichser, ey. Und wir sagen, die haben dich nicht verdient, Schmitty, sagen wir dann so. Ich hab doch gar keine Ahnung von Katzen, was die alles können, nämlich. Wichser, ey. Hör mal auf, du filmst, Junge. Ich bin ein normaler Mensch. Ich bin eine gute Katze mit den Talenten. Wichser, ey. Junge, ey. Hör mal ab, verpiss dich mal, ey. Meint ihr, Sat.1 würde es in diesen Tagen hinbekommen? Oh, Sat.1, er hat Sat.1 gesagt. Hör jetzt mal auf mit Sat.1 immer. Der Pfeife, hol schon mal die Schere raus. Ich will doch hier noch etwas ganz harmloses fragen. Ja, das geht aber nicht, wenn man vorher Sat.1 sagt. Ich will euch fragen, meint ihr, Sat.1 würde es in diesen Tagen schaffen, eine Sendung mit Tieren zu produzieren, ohne dass da was schiefläuft? Nein, nein. Naja. Sollten die es vielleicht lassen. Sie würden, also da wäre am Ende eine Nazi-Katze, wäre da. Man darf es einfach nicht machen. Vor allem, man darf nichts machen, wo man am Ende Statements erwartet. Also das ist tatsächlich, also wenn die Eins überhaupt nicht drauf haben, weil da exakt das drinsteht, was man nicht sagen oder schreiben soll, egal mal zu welchem Thema, Statements ist nicht deren großes Talent. Ja. Ja, das heißt. Statements ist sowieso so. Ich würde jetzt ein halbes Jahr auf Wiederholung setzen. Bei Sat.1? Ja. Nur noch Kommissar Rex. Aber wenn man das gut, keine Ahnung, ob das so. Auch da wieder mit der Wurstsemmel. Aber ich glaube, sie lernen, also es ist insofern, ich wollte gestern Promis unter Palmen Folge 2 gucken. Die ist nämlich eigentlich schon online. Das ist aber auch ein Charaktertest, ob man da noch Folge 2 guckt. Ich weiß. Und die haben sie aber jetzt nochmal rausgenommen. Die ist wieder weg online. Ich glaube, die wird nochmal genauer unter die Lupe genommen, was da noch schlummert. Moment mal, also die, aber diese, ich habe ja, wie ihr euch vorstellen könnt, nur die Nachberichterstattung, das ausgelöste Beben mitbekommen. Oh, ist das eine Frage, wie wir, machen wir unsere Einschätzung zu Promis unter Palmen, Klaas? Aha. Bist du interessiert? Höre ich da eine Frage raus? Nein. An zwei Fans des Genres? Überhaupt nicht. Ich wollte einfach nur hören, ob Folge 1 oder Folge 2 diese war, wo der da, was hat er da gemacht? Die 1, die 1. Moment, das ist eine Frage. Was hat er da gemacht? Das ist eine Frage. Das ist eine Frage zu einem Format. Das ist eine Frage zu Realität. Das ist eine Frage zu Promis unter Palmen Folge 1. Ist es eine Frage? Ja, ne? Ganz ehrlich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, warum, warum es 2021 möglich ist, dass jemand sich da hinstellt, homophobe Äußerungen macht und man irgendwie denkt, dass das Unterhaltung wäre. Kann ich mir nicht vorstellen, warum man nicht sofort sagt, in der Sekunde, wo das eine Kamera aufgezeichnet hat, geht der Kameramann persönlich hin und löscht es wieder. Das wäre die adäquate Reaktion gewesen. Also guck mal, du kannst dir ja denken, ich saß vor dem Fernseher, ähnlich wie Lund wahrscheinlich und ich habe ja so auf dem Handy meine Notizen und da schreibe ich mir immer Sachen rein, damit ich dich hier im Podcast mit den Infos versorgen kann, die du erwartest. Und die Notizen, um mich wahnsinnig zu machen, natürlich, natürlich. Das kann nicht wahr sein. Natürlich. Aber das sind auch schöne Sachen. Da hat zum Beispiel jetzt auch Katie, wie heißt sie, Katie? Kate Milan. Ja, oder so. Hat gesagt, das ist der Niveau wenigste Cast aller Zeiten. Und solche Sachen habe ich mir dann notiert. Und dann merkt man aber, es eskaliert das so dermaßen, dass man irgendwie tatsächlich den Spaß verliert, darüber zu reden. Ihr seid da mit schuld. Ihr seid mit schuld. Ich finde, wir müssen ganz kurz unsere ZuhörerInnen einmal auf den Stand bringen, die das vielleicht nicht mitbekommen haben. Weil sonst macht es ja gar keinen Spaß. Warum? Geh dir doch mal einen Kaffee holen, Klaus. Nee, du machst das ja schon wieder. Ich will zumindest sagen, worüber wir uns hier gerade austauschen. Das muss man wissen. Deckmäntelchen, das ist doch wieder nur das. Naja, es geht aber erstmal darum, ich würde ja die Äußerung nicht wiederholen, aber es geht um die aktuelle Folge von Promis unter Palmen. Lief jetzt letzte Woche Montag. Nee, diese Woche Montag. Und da ist Prinz Markus von Hohenzollern oder so, das ist ein ehemaliger Bordellbesitzer, der sehr, sehr reich ist und in Dubai wohnt. Und der ist da Teilnehmer gewesen und der hat dort einen anderen Teilnehmer mit seiner Meinung aufgedrängt über Homosexuelle. Und er findet das so, Zitat, eklig und widerlich. Und man muss ja schon hier klar sagen, es ist gar keine Meinung. Er hat einfach so seinen menschenverachtenden Kram da erzählt und das wurde eben so ausgestrahlt. Und der ist auch nicht rausgeflogen aufgrund dieser Äußerung, sondern weil die Gruppe ihn ja am Ende rausgeschlossen hat. Das war letztendlich die Folge. Aber es ist doch logisch, dass das früher oder später soweit ist. Naja, also da fängt es ja ganz vorne an über das Format schlechthin. Man hat ja jetzt schon öfter, gab es ja so Einschläge. Sowohl bei Promis unter Palmen, wo es ziemlich schief gegangen ist, letztes Jahr auch schon. Wo es hart an der Grenze war, wie asozial darf es sein. Wir haben darüber schon gesprochen. Kannst du mich wenigstens angucken? Das ist einfach Höflichkeit, Klaas. Du kannst uns wenigstens angucken, wenn wir was erzählen. Oder geh dir einen Kaffee holen. Geh dir einen Kaffee holen. Ich habe mir schon einen Kaffee geholt gerade. Er hat die Hände in den Hosentaschen und guckt sich seine Preise an, die da im Regal stehen. Die dumme Sau. Den scheiß Bravo-Otto. In Silber übrigens nur. Für Gold hat es nicht gereicht. Schleunfugt hat den in Gold. Ich habe nur Silber. Nur eine Scheiße. Goldene Otto in Silber. Das ist eine richtige Demütigung. So, was wolltest du jetzt erzählen über deine Asis? Ja, komm, machen wir einen Trash-Podcast. Machen wir noch einen. Ich bin kurz davor. Wir müssen das auskoppeln. Wir können Klaas damit nicht weiter der Seele rumtanzen. Aber ich habe so richtige, ich kann bei euch so richtig schon Sachen auslösen, indem ich einfach nur irgendwo hingucke. Die nächste Kritikstufe wird sein, dass ich zu schwer atme. Erzähl du uns gleich mal was. Erzähl du uns mal von deinen Gartenarbeiten und dann gucken wir mal so an die Decke. Ja. Ich habe ja Sandboden bei mir. Das ist nicht gut für die Aloe Vera. Die darf man auch nicht so viel gießen, wie ich dachte. Jetzt haben die so graue Blätter. Schmitte, ich möchte jetzt hören, was du denkst. Was denkst du denn zu deinen Assis? Also die haben sich überraschenderweise, haben die sich dumm verhalten. Nein. Es geht jetzt auch wirklich, also es ist völlig, ich dachte eigentlich, wir können dann über die kleinen Charakterschwächen, von den Trash-Teilnehmern wieder reden und so. All das, was sich zu Recht oder zu Unrecht nicht interessiert. Aber ganz schnell ist das hier ein ganz anderes Thema, wo vielleicht auch du irgendwie an den Haken kommst. Weil es geht natürlich so ein bisschen wieder über Moral im Fernsehen. Und auf dem Feld spielen wir ja auch oft. Man könnte uns ja durchaus auch vorwerfen, dass wir die Moral das eine oder andere Mal auch schon mal überschritten haben. Jo. Und das finde ich immer so interessant, wo sind Grenzen, auch für den Zuschauer, was ist ja bereit, so mitzugehen. Und ich glaube, die haben es jetzt wirklich geschafft am Montag, dass die Zuschauer da einhellig fast eine Grenze gesehen haben, völlig zu Recht, und sagen, das sind wir nicht mehr bereit mitzumachen. Und ich werfe halt irgendwie den Machern des Formats vor, dass sie, es gab Kontroverse ums Sommerhaus der Stars, was Mobbing angeht, was wirklich die ganze Staffel fast in den Morast gezogen hat. Bei Promis unter Palmen war es auch schon ähnlich mit diversen Skandalen. Und was haben die im Umkehrschluss gemacht? Die haben gesagt so, ach komm, wir drehen die Schraube einfach noch weiter. Und das machen die mit einem Cast, der überhaupt nicht mehr ausgewogen ist. Wenn du bei Dschungelcamp warst oder Sonstiges, da hast du den Bösen, einen Alten, einen ganz Jungen. Einen, der die Maske abfällt. Wir haben ja auch immer gesagt, Dschungel wird erst in der zweiten Woche gut, wenn so die Masken fallen, weil die vorher erst mal versuchen, im guten Licht dazustehen. Hier kommen von allen Formaten, die es gibt, die schlechtesten zusammen. Das ist wie die Avengers of Trash. Die kommen dahin und die haben immer gesucht, wer ist der, der sich am schlechtesten benommen hat, der beschissenste Charakter. Der dümmste, der böse. Also, dass man gar keinen Anhaltsprogramm hat. Die haben sich alle zusammen gequetscht. Und es ist so weit, dass selbst die Kandidaten, Willi Herren, sitzt da, guckt sich um, jetzt in der aktuellen Folge, guckt sich die Leute an und sagt, das wird hier so eskalieren. Und das ist wie Dynamit. Also, selbst die Kandidaten sind sich bewusst, dass man hier einfach so dermaßen gezündelt hat, dass das so völlig aus der Bahn laufen wird. Und es ist natürlich aus der Bahn gelaufen. Also, wie diese Straße in Bolivien, wo die da Fanta und Dynamitstangen verkaufen. Exakt so. Wo wir mal waren. Man war jetzt ein Streichholz und dann macht es pengen. Es ist auch so, dass ich zum ersten Mal so ein Format geschaut habe, schon die ersten Minuten, und gehofft habe, dass es nicht eskaliert. Also, da liegt so ein Dynamit in der Luft. Und normalerweise freut man sich, dass einer mal ausfüppt, weil er keine Fluppen mehr hat. Und ich freue mich darüber. Aber hier war es so, dass ich auch eigentlich nur geguckt habe, wie schafft man das jetzt? Und auch wenn man selber dabei wird, dass hier einfach im Moment noch Ruhe ist, bevor es knallt. Und da gibt es dann Leute, die sind so scheiße, einfach menschlich so beschissen, solche Arschlöcher, dass du in deren Gegenwart könnt der ruhigste Mensch nicht bei sich bleiben. Das sind aber auch so Sachen, also ich habe die Befürchtung, dass es mit Trash TV, mit genau solchen Sendungen, ein Ende nimmt wie mit den Nachmittagstalkshows. Das war am Anfang, da hat man sich gefreut, wenn unter den fünf Leuten so ein Assi kam, der da so ein bisschen rumgerührt hat und die anderen genervt hat und provoziert hat. Irgendwann saßen da nur noch fünf Assis. Ja, LaFest kommt ab. Und dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. Ich habe das Gefühl, die Macher haben gar nicht verstanden, was den Zuschauer an so einem Format reizt. Das sind die fallenden Masken, das sind auch Lieblinge, die man darin haben kann, dass man sich den Leuten getäuscht hat, dass man überrascht ist von Leuten und dann auch irgendwie normal denkende Leute auf extreme Charaktere treffen. All das ist nicht gegeben, weil alles nur extreme Charaktere sind. Und du, Klaas, hast es sogar hier einmal in dem Podcast gesagt und die Beobachtung stimmt. Im Grunde machen solche Sendungen uns die Freude an solchen Sendungen kaputt, weil während es mal so das Unschuldige war, dass die kleine Verfehlung, der riesige Streit um eine stinkende Jacke oder wer den Geschirrspieler nicht ausgeräumt hat, was mich erfreut hat, werden hier solche Tabus gebrochen, dass ich an so einer Art von Sendung keinen Spaß mehr habe und auch klar sagen muss, so eine Sendung will ich nicht sehen. Und ich verstehe auch nicht, warum die verantwortlichen Macher von so einer Sendung, Macherinnen nicht erkennen, wenn jemand so etwas sagt, was so widerwärtig ist, dass man dann nicht reingesagt, der fliegt raus. Das haben sie erkannt. Ja, zu spät dabei, also nach der Ausstrahlung. Nein, aber die haben das erkannt. Die haben das aber trotzdem, ich hatte kurz die Hoffnung, ob sie denken, es ist so, es genügt, wenn Willi Harren, der hat sich stark dagegen gewehrt, gegen die Aussagen, vielleicht haben sie gedacht, das regelt sich so von selbst, aber dass man auf die Idee kommt, nicht mal ein Kommentator, der alle zwei Minuten irgendwas reinplappert, irgendeinen Dreck da reinplappert, dass man dem nicht mal irgendwie einen Hinweis gibt, wie der Sender oder die Produktionsfirma über das eben Gesagte diskutiert. Man darf das eh nicht reinschauen, man darf Prinz Markus nicht einladen. Der Typ ist vorbestraft, der ist wegen Menschenhandel vorgestraft, der ist ein Ex-Zuhälter, das ist wirklich alles, das ist wie wenn du, also die kriegen das, was man erwarten kann, wenn man den einleit, und zwar in Folge 1 und wundern sich dann. Ja, aber du tust, und damit kann man das, glaube ich, auch dann so beantworten. Ja, es steht so ein bisschen eine Behauptung über der Produktion von solchen Shows, die, glaube ich, so nicht hinkommt, nämlich, dass man überhaupt über sowas nachdenken würde. Ich glaube tatsächlich, dass die Dynamik auch in der Erstellung von so einer Show oder auch in der Planung oder in der Weiterentwicklung, muss man ja sagen, man denkt, das gibt es jetzt schon ein paar Jahre, also das machen wir jetzt, genau wie es so ein Format wie, was weiß ich, so Dauerbrenner, so wie DSDS oder so Sachen, wo man sagt, Casting Show an sich, das funktioniert, aber wie kann man denn jetzt noch innerhalb des Formats irgendeine Art Weiterentwicklung oder neue Regeln oder eine Zuspitzung oder wie kann man so darauf reagieren, dass das Format altert, aber in sich frisch bleibt. Das ist ja auch die Frage, die sie da machen und da steht nie darüber, wie schützen wir denn unsere süßen kleinen Konflikte hier, sondern das Prinzip ist, man geht genauso weit, wie man darf. Wie ein Kind, was die Grenzen auslotet und wenn es dann mal so richtig kracht, wird danach festgestellt, huch, hier war offenbar eine Grenze, aber es ist ja nicht so, dass da einer sich so vorsichtig rantastet, sondern da wird halt komplett grenzüberschreitend agiert, bis irgendwie die, wie auch immer, sich darstellende Gesellschaft von außen sagt, das wollen wir nicht oder das geht nicht oder das ist verboten und dann macht man es eben in den neugesetzten Rahmen weiter. Aber das hatten wir doch schon zweimal. Das war bei Promis unter Palmen schon so und bei Sommerhaus der Stars. Wir hatten die Diskussion hier im Podcast schon. Naja gut, aber dann hat es wohl nicht gereicht dafür, dass man ein Verbotsschild aufgestellt hat, was so groß ist, dass das jeder lesen konnte. Es war offenbar immer noch möglich, es nochmal zu machen, sonst wäre es ja nicht da gelandet. Das heißt, die Kontrollmechanismen sind jetzt wahrscheinlich noch geschärfter als noch vor einem Jahr und werden höchstwahrscheinlich beim nächsten Mal greifen und dann war es das eben und genau das passiert, was ihr sagt. das wird es nicht mehr geben. Ja, aber es gibt doch natürlich wird es das geben. Aber es gibt doch auch zu Recht in der Gesellschaft Tabus und die Gesellschaft definiert doch auch was, was sie nicht mehr hören will und zu sagen, Ja, habe ich doch gesagt. dass zwei Männer, die einander lieben, dass die eklig sind und da ist doch ganz klar ein Tabu überschritten und da muss man auch irgendeiner Weise. Du hast mich falsch verstanden. Das muss ich kurz noch erklären. Sondern ich glaube halt, dass trotzdem das nicht gehört wird. Das ist nicht das Ansinnen in der Produktion von so einem Ding, irgendwie solche Dinge zu erkennen und dann moralisch zu handeln, sondern es geht einfach nur darum, völlig egal, was gesagt wird, wann scheppert es und wann kann ich diese Arbeit, die ich auf diese Art und Weise mache, nicht mehr weitermachen. Da geht es nicht. Es ist ein Fehler zu denken, dass es von Anfang an irgendwie moralisch begleitet wird. Das ist es nicht. Sondern es geht immer nur, was darf ich, was wird mir verboten, wo ist die Straße, die ich hier fahre mit dem Format, wo ist die zu Ende? Und dann muss ich rückseits wieder raus, piepend mit dem Auto. Was ich halt auch immer spannend finde, ist so, es ist wahrscheinlich auch der Konkurrenzkampf unter den Formaten, weil es mittlerweile so viele gibt. Du kannst ja das ganze Jahr eine von diesen Sendungen gucken und da irgendwie nochmal ein Ausrufezeichen zu setzen und zu sagen, hier bin ich. Ich habe irgendwie mein USP noch asozialer. Naja, vor allem auch die Leute. Früher war es ja auch immer so. Also ich glaube, das hat auch immer ein bisschen von der Unschuldigkeit der Teilnehmer ja auch gelebt. Also dass die tatsächlich bis wirklich eigentlich weit über den Punkt, wo man es hätte ahnen können als Teilnehmer, immer noch gedacht haben, ich mache das jetzt, um meine wahre Seite zu zeigen. Und das ist hier ein Abenteuer und das ist so ein Experiment, an dem ich teilnehme. Und da kann ich mal so zeigen, wie ich im Grunde meines Herzens bin und so. Diese ganzen Sachen, die dir denen wahrscheinlich auch früher in den Bewerbungsgesprächen erzählt haben. Deswegen wollen wir dich dafür und wenn du ein toller Typ bist, dann kannst du dir das ja auch zeigen, warum denn nicht, hast du nichts zu verstecken. So diese ganzen Argumente. Und dann sind die reingekommen und haben probiert, die beste Version von sich selbst zu sein und haben in aller gegebenen Natürlichkeit da diese Spiele gemacht und haben da geschlafen und aufs Feuer aufgepasst und weiß der Kuckuck. Und dann irgendwann wurde das ja so eine Art Job und das sieht man ja daran. Das ist ja mittlerweile, das ist eine ganz normale Berufsbezeichnung, sagen Reality-TV-Star. Gab es ja früher nicht. Früher hieß das Fish-Out-of-Water-Formate. Das waren Menschen, die waren mal prominent oder durchschreiten gerade einen Tal ihrer Karriere und die werden dann einfach nochmal so angepiekst, damit sie nochmal von früher erzählen oder von dem, was sich für die Zukunft vorstellen. Dass aber Reality-Star das Ende des Weges ist, auf den Leute zu arbeiten, weil sie bei Instagram so hart durchdrehen oder als Kandidat irgendwo sich so daneben benehmen, in der Absicht danach, dem Berufsbild Reality-Star entgegenzukommen, dann bist du das und dann weißt du natürlich auch in deiner Job-Description als Reality-Star steht drin, meinungsstark sein, euphemistisch formuliert, ausrasten, klare Kante machen und gucken, dass ich mich so verhalte, dass ich möglichst oft reingeschnitten werde, weil dann darf ich im nächsten Format auch wieder mitmachen. Das heißt, die bedienen natürlich die Erwartungen, die die Menschen an sie haben und das wiederum lässt die Schraube so weit drehen, wie man sie eigentlich nie drehen wollte, weil die eigentlich das schon antizipieren, dass sie sich in gewisser Weise fallen. Die müssen gar nicht mehr provoziert werden. Jetzt geht es los und dann fangen die an auszuraschen. Mann, klar, ich wünschte, ich wünschte, die sind schon drüber hinweg, das sind gar nicht mehr die kalkulierten Leute. Willi Herren ist vielleicht jemand, der das noch kalkuliert einsetzt, aber da sind richtige Primaten. Der eine, dieser Calvin, der redet die ganze Zeit von dem Weiber da hinten und der zieht sich an den Hoden dabei. Die ganze Zeit. So ist der. Der ist so, ich habe dir geschrieben, das ist wie so alle Autobahndiskurs des Landes so in eine Person gekriegt. Und solche Typen, die haben überhaupt nicht mehr, die denken nicht so, das sind jetzt Profis in dem Bereich Trash-Sterne. Das sind einfach richtige Primaten. Ja, wirklich. Der hat so kurze Badehosen und dann zieht er sich da immer dran und redet dann über die Weiber. Aber ich will es jetzt noch mal zusammenfassen, weil sicher dir ja auch schon mit dir viele Leute geschrieben haben, wir sollen da drüber reden und so, die sicher auch entsetzt waren. Ich habe mit dieser Folge den Spaß an dem Format und erst mal, glaube ich, auch für lange Zeit an so einer Art Format, die so im Extrem das zeigen, völlig verloren und muss auch, ich habe da keinen Bock mehr, das zu gucken. Ja, ich gucke es trotzdem weiter. Kannst du ja weiterberichten. Aber mit, ich rümpfe die Nase dabei. Werbung. Wir reden jetzt mal über Adidas und ich möchte etwas weiter ausholen, denn wir fangen an bei der Geschichte eines Schuhs. Er hat eigentlich den Begriff Sportschuh immer wieder neu definiert im Laufe der Jahrzehnte und heißt Stan Smith. Ja, und jetzt definiert er grün sein neu. Da gibt es ein Obermaterial, Prime Green, 50% Recyclinganteil. Damit zeigt er, wie stylisch ein nachhaltiger Sneaker sein kann und das nicht jetzt irgendwann, sondern genau jetzt. Das Sneaker-Modell Stan Smith ist ein, ich weiß nicht, mittlerweile sage ich praktisch überall, wo es auch gar nicht sein muss, das TH, damit ich ja auch Stan Smith richtig ausfügt. Ja, aber das liegt auch daran, dass du Spanier bist, Klaas. Ja, ist ein zeitloser Klassiker, der bereits mehrere Jahrzehnte und Trends überlebt hat. Jeder hat eine persönliche Connection zum Stan Smith. Aber das stimmt wirklich. Ich selber bin großer, großer Stan Smith-Fan, ist eigentlich mein Lieblingssportschuh. Ich habe auch hier ihn heute an, diesen nachhaltigeren Stan Smith, der weniger die Umwelt versaut als andere Schuhe. Guck mal, ist er nicht schön? Ja, ist schön. Ja, sag ich doch. Also ich glaube, das ist das ikonische Design, das seit 1973 besteht, aber nur etwas grüner und nachhaltiger, wenn ich mich nicht irre. So ist es. Ja, einen weiteren Schritt gehen sie also Richtung nachhaltige Mode. Das Ziel ist übrigens die Verwendung von ausschließlich recycelten Polyester bis 2024 in allen Produkten. Das ist ein Ding, oder? Ja, vor allen Dingen siehst du halt keinen Unterschied zu früher. Der bleibt seinem ikonischen Design treu, aber ist ein bisschen besser für uns alle. Es ist nicht leicht, grün zu sein, aber das sind große Dinge nie. Alle Infos in den Shownotes. Werbung Ende. Ich habe was Schönes gelesen in der SZ. Interessiert euch das? Ja. Da ging es jetzt um, weil ich habe ja auch ein finanzielles Interesse momentan daran. Wir haben jetzt, heute ist Donnerstag, wenn der Podcast rauskommt, ist Freitag, so, Nacht, ja. Das heißt, ich weiß nicht, ob bis dahin schon irgendwie ein Zeichen aus der Union kam, wer jetzt wirklich, wer jetzt wirklich Kanzlerkandidat wird. Armin, Laschet oder Markus Söder. Das ist jetzt wahnsinnig interessant, was man über beide jetzt lesen kann, weil natürlich jetzt kurz bevor dann es auch darauf ankommt, sich da jemanden vielleicht für lange Zeit in einer machtvollen Position vor die Nase zu setzen oder setzen zu lassen, werden natürlich auch nochmal alte Erinnerungen wach. Alte Erinnerungen an das politische Gebaren von Laschet, aber vor allem auch bei Markus Söder, weil man darf nicht vergessen, Markus Söder ist ein Formwandler, der hat schon manche Gestalt angenommen, Micky hat das sehr schön gesagt in seinem Podcast, der hat gesagt, ja, was im Frühjahr grün ist, kann im Herbst auch schnell mal braun werden und wenn man sich nochmal, und das würde ich jedem auch ans Herz legen, auseinandersetzen will mit Markus Söder, muss man jetzt nochmal diese ganzen Artikel lesen, wo einfach nochmal zusammengefasst wird, was der die letzten zehn Jahre so gemacht hat. Da wundert man sich doch sehr, wie er jetzt gerade wahrgenommen wird und diese menschliche Komponente, dass man viel vergisst, auch, dass er so mit einer Leichtigkeit Worte wie Asyltourismus gesagt hat und auch ansonsten sich nicht gerade als Menschenfreund präsentiert hat, ja, das Abgeschottete, die Festung Europa, all diese Sachen, diese wirklich schlimmen Sachen, wo man sagt, es kann nicht wahr sein, dass so jemand das sagt, ja, selbst wenn er einfach nur machtgeil ist und jetzt nicht im Grunde seines Herzens rechtskonservativ, aber er ist zumindest nicht moralisch genug, um das nicht mal eben, weil es gerade passt, zu sagen, weil jetzt irgendeiner das hört und er hat auch irgendwie so die Aneignung von AfD-Themen im wahrsten Sinne des Wortes rechts liegen lassen da, weil er gemerkt hat, das bringt ja gar nicht so viel, also deswegen wählen mich ja gar nicht mehr Leute, damals in seiner Wahl zum Ministerpräsidenten hat er also ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren, er war nicht der super Ministerpräsident von Anfang an und so weiter, sondern hat eigentlich nur diese Parolen und auch diese ganzen Positionen, die so AfD-nah waren, eigentlich nur nicht mehr laut ausgesprochen, weil er gemerkt hat, es entspricht gar nicht so dem Zeitgeist, wenn ich das nicht sage, kriege ich ja viel mehr Wähler, ja, dann sage ich das nicht mehr. Also das hat er nicht gesagt, weil er morgens aufgewacht hat und gesagt hat, oh Gott, das ist ja wohl unmenschlich, was ich da sage. Und da gab es jetzt aber einen schönen Artikel von Roman Deininger in der SZ mit einem sehr guten Satz, wo es darum ging, er will jetzt ja Kanzlerkandidat werden, ja oder nein. Am Anfang hat er gesagt, naja, also wenn da keiner da hinter mir steht, dann will ich das auch nicht werden. Jetzt ist klar, es stehen alle hinter Laschet. Jetzt hat er gesagt, ja, der Volkswille und so. Also dann spielt er so ein bisschen an auf seine Umfragewerte, die natürlich viel, viel besser sind als die von Laschet und so. Und da gab es einen guten Satz, wo man, glaube ich, viel erfahren kann über die Mentalität. Er hat da geschrieben, wahrscheinlich verhält es sich mit Söder und der Macht wie mit dem Hund und der Wurst. Sobald die Wurst in Reichweite liegt, ist es keine freie Entscheidung mehr für den Hund. Aber warum gilt denn Extrem guter Satz, oder? Warum gilt denn Söder überhaupt als so ein Machertyp, der das alles besser im Griff hat? Also ich meine, Bayern ist jetzt kein Vorreiter in der Corona-Bekämpfung. Kommunikation, tatsächlich Timing und Kommunikation. Und das muss man sagen, das macht er nicht schlecht, dass er es schafft, Dinge, die andere Bundesländer schon längst gemacht haben, so zu verkaufen, als wäre ihm das eingefallen. Man hat ja nicht alles, gerade in so einem, dann doch momentan sehr verwirrenden Föderalismus, manchmal weiß ich jetzt nicht, wer war jetzt zuerst, wer hat jetzt irgendwelche Modellversuche, wer hat jetzt irgendwelche tatsächlich griffigen Maßnahmen oder so als erster durchgesetzt, wer war da der, der sich getraut hat und so. Wenn du dich hinterher hinstellst und sagst, wir sind eine Blaupause, wir sind eine Blaupause, dann muss man auch erstmal jemanden finden, der da als Chronist der Abläufe nochmal hingeht und sagt, Moment mal, die waren aber eigentlich eine Woche vorher. Dann ist er durch Zufall eigentlich Vorsitzender der MPK, was immer dazu führt, dass er neben Angela Merkel steht. Das ist die Macht der Bilder. Also deswegen hat auch ein amtierender Kanzlerkandidat, der wieder in den Wahlkampf geht, was wir jetzt diesmal nicht haben und auch das erste Mal nicht haben seit ganz langer Zeit, immer den Vorteil, weil er die geileren Bilder hat. Es ist immer so, dass du natürlich als Herausforderer nicht viel Gestaltungsmöglichkeiten hast und dir fehlen dann auch teilweise die kraftvollen Bilder, die dich so begleiten und die dann auch ohne, dass man den ganzen Artikel liest, irgendwie so die Atmosphäre verbreiten, man könne das. Naja, es war ja doch auch einfach so, dass im Grunde, es gab ja gerade zu Anfang der Corona-Pandemie zwei Haltungen. Es gab die Haltung von Angela Merkel, die war ja schon recht streng. Lass uns hier mit hartem Lockdown das Ding schnell von der Bühne kriegen. Da hat sich ja Markus Söder, muss man sagen, mit einem guten Instinkt sehr schnell angeschlossen und hat dann teilweise noch härter formuliert für sein Bundesland und dann war ja auch nur noch eine andere Haltung übrig, nämlich so locker Laschet, wir machen es alles ein bisschen lässiger, wir finden andere Modelle und mit der Nummer ist Laschet dann letztendlich auch nicht so gut gefahren. Und Söder steht jetzt da als der, der es so Hardliner-mäßig besonders gut durchgezogen hat und Laschet steht so ein bisschen dann vor den Scherben von diesem Lässigen, was ja gerade zu Recht verpönt ist. Na klar, und da gab es dann auch Allianzen, du machst dich ja immer oder trägst ja immer auch Verantwortung für die Aussagen derer, die du an deiner Seite wehnst und auch als deine Verbündeten präsentierst und so und dein Think Tank, wenn da gar nicht mal so clevere Gedanken rauskamen aus dem Tank, auf den du dich ja nach außen präsentiert, auch beziehst, das ist natürlich auch nicht so gut. Und es gibt immer diese zwei Sichtweisen, das ist jetzt alles sehr, sehr allgemein und da muss man auch gar nicht dann in die einzelnen super kleinen Details hineingehen. Aber wenn man halt so sagt, was ist es denn jetzt gerade? Wahrscheinlich kommt da der nächste Kanzler auf uns zu. Ich wollte auch gerade sagen, deswegen ist das ganze Thema ja überhaupt nur so interessant. Genau, und da würde ich jetzt mal überlegen, so Sachen, die man jetzt mal gegeneinander stellen muss, was ist einem jetzt mehr wert? Laschet, der dann manchmal so irre Sätze sagt, die gar nicht mal so alt sind, wie diese Pandemie kann man, ist unberechenbar. Ist ja, stimmt ja nicht, ne? Kann man ja ganz gut berechnen mittlerweile. Und auch das Gefühl hat, das Thema überfordert ihn oder er zieht nicht die richtigen Schlüsse oder so. Aber, was steht menschlich dahinter? Ist das vielleicht ein nachvollziehbares Gefühl, diese Ohnmacht gegenüber der schwierigen Entscheidungen, die man irgendwie nicht richtig nicht so machen kann? Also, was ist uns wichtiger? Momentan die menschliche Komponente oder das nach außen ausgestellte Organisationstalent, was aber vielleicht nicht unbedingt? Wir kriegen doch gar nicht die Wahl. Nee, ich weiß, deswegen sage ich ja, es ist eh schwierig, weil man hat gar nicht mehr so viel auszuwählen. Man muss sich nur im September, wenn man in der Wahlkabine steht, muss man sich fragen, ob man einen Kanzler will, der Franz Josef Strauß in seinem Jugendzimmer als Poster hatte. Genau. Ob das die richtige Wahl ist. Naja, eben, genau. Ein fortschrittliches Land. Exakt, das ist es. Also, ich möchte jedem nur nochmal ans Herz legen, einfach so, sich nochmal so durchzulesen. Und von diesen Artikeln gibt es eben momentan eine Menge, was die Menschen, mit denen wir uns momentan jeden Tag auseinandersetzen, neben aktuellen Ereignissen und Entscheidungen, die getroffen werden in der Gegenwart und so, was die so gemacht haben. Warum die überhaupt politisch da sind, wo sie stehen und was das so über uns aussagt. Oder auch nochmal den Söder als Schreck. Den kann man sich auch nochmal angucken. Oder als Marilyn Monroe, war er auch mal verkleidet. Oder auch als Mahatma Gandhi, auch poorly aged. Das ist auch super gut. Genau, Mahatma Gandhi, Söder, den bitte merken, wenn man in die Wahlkabinen tritt. Ja, genau. Und ich meine, für alle, die sich nicht so für Politik interessieren, ich finde gerade dieser Machtkampf ist so spannend. Also, da kann man sich viele Folgen von Frank Underwood sparen. Hier einfach mal den Spiegel lesen, die Zeit lesen, das so ein bisschen verfolgen. Das könnte so ein bisschen so ein Einstieg sein, wenn man sich jetzt neu für Politik interessiert, was da los ist. Das ist eine wirklich ganz spannende Konstellation. Es ist ja wie bei einer Soap ist es ja auch so, dass eigentlich, damit man jederzeit als Zuschauer wieder dazukommen muss, haben die Storyliner und die Drehbuchautoren die Aufgabe, eigentlich jede Information, die man braucht, in jedem Satz nochmal neu mit aufzunehmen. Dass man immer sagt, hallo Ricky, du bist jetzt gerade hier in meine Wohnung gekommen, weil ich dir ja gestern erzählte, dass deine Freundin dich betrogen hat, weswegen meine Mutter komplett ausgerastet ist und jetzt bist du hier, um mir was zu sagen, etwa, dass du das schon weißt. Und dann sagt Ricky genau und dann weiß man praktisch den kompletten Konflikt innerhalb von einem Satz und so ist es gerade in dieser Auseinandersetzung. Insofern, guter Einstieg, hast du vollkommen recht, weil man momentan alles nochmal so hingelegt bekommt, gesagt, hier, das sind alle Infos, die sie brauchen, jetzt bitte Interesse. Ja. Total. Übrigens, was habt ihr gegen Jesus? Oh, also, wie? Wollte ich nochmal fragen, weil ich habe so ein paar Leute bekommen, also ich habe so, es gab viele Leute, die sagen, also top, top, super, macht Spaß, Baywatch Berlin, höre ich gerne, ist witzig, dies, das, ananas. Und die ganzen Folgen vorher, die haben aber wirklich richtig Spaß gemacht, aber was habt ihr gegen Jesus? Da haben mich viele Leute gefragt, also gegen das Christentum. Also in der letzten Folge habe ich davon berichtet, vielleicht war es auch schon vor zwei Wochen, dass Jesus aus meiner Sicht ein riesen Marketing-Genie ist, kann man sich ja nochmal anhören. Und auch daraufhin habe ich wirklich tatsächlich viele von diesen Nachrichten bekommen, also es gibt ja auch immer mal wieder Kritik, aber diesen, du hast es ja schon gut anklingen lassen, dieser beschwingte Ton in der Kritik, der war mir völlig neu, weil es las ich im ersten, zwei, dritten wie ein gigantisches Kompliment und dann war es dann doch so, dass es immer wieder hieß, was habt ihr gegen das Christentum, was habt ihr gegen Jesus? Warum ihr? Was habe ich denn jetzt gegen das? Ja, ihr seid alle mitgefangen. Ich war Messdiener, ihr könnt mich mal, ich liebe Jesus. Moment mal, man kann es ja auch voneinander trennen. Ich finde, ich habe doch auch an Jesus viel Lob gelassen. Ja, vor allen Dingen, was kann er dafür, was draus wird? Jesus ging aber in einem Poster in meinem Kinderzimmer. Mein Franz Josef Strauß ist das. Franz Jesus Strauß. Sag mal, also ich möchte es nochmal runterbrechen. Also, ganz ehrlich, gegen Jesus, was kann man gegen den denn haben? Super Typ, der Jesus. Sag doch mal, Jakob, was hat man denn? Ich habe ihn noch mit Lob überstellt, für mich ist Jesus ein super cooler Dude gewesen. und was werfen sie dir dann vor? Ja, weiß ich auch nicht. Nee, aber das Ding ist, er kann, man kann ihn noch jetzt nicht da in, man kann ihn noch nicht verantwortlich dafür machen, wie sich das alles entwickelt hat. Soll er jetzt für meine Schulden büßen, der Jesus, oder was? Worum geht es jetzt hier? Soll er jetzt hier für meine Worte hier die Verantwortung übernehmen? Ja. Ist das 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 Konzept jetzt, oder wie? Wer es für mich büßen soll? Also du hast Tiere und Jesus. Oder soll ich für Jesus büßen, Schmitty? Ist es das, was ihr wollt, liebe Hörer? Dass ich jetzt hier für Jesus büße? Oh Gott, reitest du dich rein, Alter. Ich habe in der letzten Folge gesagt, und das ist mir wichtig, Jesus ist für mich ein absolut dufter Typ. Und jeder, der Jesus mag, der kann ich nur unterstützen, sagen, super, mach das weiter so. Gegen Jesus ist nichts zu sagen. Nur, nur der Anglerverein, den er hinterlassen hat, hat hier und da Schwächen. Die Institutionen kann man kritisch sehen, aber Jesus, cooler Typ, war immer down to earth. Ja, genau ja nicht, ne? Immer mal wieder. Liebe Hörer und Hörerinnen, Sie merken wahrscheinlich, dass ich mich da vornehm zurückhalte, wie sich Jakob Lund und auch Klaas ein bisschen um Kopf und Kragen reden. Ihr seid meines Sat.1, möchte ich fast sagen. Ja, aber wenn wir irgendwie ein großes Talent haben in diesem Podcast, man denkt ja, dass man so große, weltumspannende Themen wie Weltreligion. Ne, denkt keiner außer dir. Moment, dass man die in einem Podcast nicht besprechen könnte, weil das ist zu vielschichtig, zu komplex, zu groß, zu, weiß ich auch nicht. Jetzt zitierst du auch aus unserer zukünftigen Grimme-Preisrede, ne? Denn es geht ja doch. Aber dass man feststellt, dass man selbst dann doch solche Themen halt so klein knallen kann. Im Prinzip ist das, also hier darüber zu reden, so wirkungsvoll wie so ein Free-Tibert-Aufkleber hinten auf dem Auto. Na, vielleicht werden wir ja sogar mal beim Papst eingeladen. Wo man einfach sagt, da haben wir das Thema wirklich mal beim Schopfe gepackt und da sagen die, super, dass du das auf dein Auto machst. Danke dir. Vielleicht werden wir wirklich sogar mal beim Papst eingeladen, Schmiddy. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wurdet ihr geimpft? Wurdet ihr heimlich geimpft und ihr habt jetzt so einen Fieberwahn mitgebracht? Nee, wieso nicht? Weder noch spinn ich. Weder noch. Wenn das die Auswirkungen sind, ne? Ich warte, bis ich dran bin. Ich warte auf mein Impfangebot. Ich glaube ja, es ist die Zeit, dass man flexibel sein muss, auch so ein bisschen mit gesellschaftlichen Annahmen oder auch so, wie man sich miteinander verhält, ja? Weil sich, wie vieles in dieser Pandemie schnell ändert, ja? Und es ist jetzt so, dass man ganz am Anfang, glaube ich, hieß es immer, naja, man muss jetzt also sich zurückhalten und ich sage jetzt wirklich nur, was ich so lese, ja? Man muss sich zurückhalten, man muss sagen, es gibt eine impffreie Folge, die wird eingehalten und so weiter. Dann gibt es natürlich auf der anderen Seite eine größere Moral, wo man sagt, ja, aber es hilft ja uns allen, wenn wir schneller geimpft werden, ja? Und dann sieht man irgendwie die USA und so und dann machen sie es so zwischen Erdnussbutter und Nutella irgendwo im Supermarkt. und dann kannst du mit dem Auto ranfahren. Die Nutella-Impfung, richtig lecker in den Arm rein. Also, dann wird also zumindest neidisch Richtung unbürokratisch geschaut, ja? Und dann stellt man fest, vielleicht wäre es ja so, dass wenn wir jetzt mit unserer dann doch inner im Wesen der Idee, guten Idee, der impfreien Folge nicht so richtig klarkommen, könnte es jetzt sein, auch durch den Einsatz von Hausärzten, die dann für ihren, für ihre Patienten, die sie ja gut kennen, selber festlegen, wer kriegt denn wie, was, wo, wann, warum. Vielleicht ist es ja am Ende sogar in der Gesamtheit gerechter, weil dann Leute berücksichtigt werden, die so individuellen Bedarf haben an einer Impfung, die sie jetzt bekommen müssen, die aber nicht in dieses Raster reinpassen, was so ausgegeben wurde und was ja sowieso nicht richtig eingehalten werden kann, weil es so viele andere Probleme gibt. Das heißt, man muss jetzt überlegen, wenn man im Impfzentrum steht, das habe ich gelesen und ich finde den Gedanken irgendwie nicht so uninteressant erstmal, dass man sagt, wenn da jetzt vor einem einer steht, von dem man jetzt denken könnte, wieso ist der denn hier? Warum steht der denn jetzt hier an? Dass man halt nicht denkt, hast du dir deine Impfung auch schon, also darfst du geimpft werden, mein Freund? Ah. Ja, dass man nicht so sagt, wieso wird er hier geimpft? Der ist ja noch gar nicht über 70, über 60, der sieht ja gar nicht aus wie ein Risikopatient. Geht es da so ab im Impfzentrum? Naja, zumindest in den Köpfen der Leute kann ich mir schon vorstellen, dass es so ein Gefühl gibt von wegen, na, was stellt er sich denn jetzt hier an? Ja, es gibt auf jeden Fall den Impuls, wenn man hört, aus dem Bekannten, jüngeren Bekanntenkreis, ich werde jetzt geimpft haben, denkt man sofort, warum der? Ja, ich finde, grundsätzlich kann man sich diese Frage stellen und ich finde, man muss für sich selber, ich finde, man hat ja offenbar genug Moral im Leib, dass man Gerechtigkeit stattfinden lassen kann, aber man weiß ja manchmal nicht, was dahinter steht und ich glaube, diese Verurteilung von Leuten, ohne, dass man so genau weiß, was los ist, da muss man jetzt aufpassen, dass man da nicht, also man muss da so ein bisschen loslassen, es geht um Impfung gönnen. Ich gönne jedem die Impfung. Versteht er? Ja. Außer wenn Lund kommt, wenn du geimpft wirst vor mir, dann rastet er aus. Ich bin viel dicker als du, Schmitti, und ich habe ja meinen Bluthochdruck. Also nee. Schmitti hat aber andere Probleme. Ich bin zu allem bereit, nur nicht, dass Lund vor mir geimpft ist und dann nach Thailand fliegt. Kannst du vergessen. Zu Promis unter Palmen. Aber ich will mal einen kleinen Ausblick geben. Wenn wir alle geimpft sind, so wie es gerade in England ist. In England war gestern, der erste Öffnungstag nach Monaten, hatten alle Pubs wieder auf. Lecker. Zu was hat das geführt? 113 Prozent höherer Umsatz als zum selben Tag vor zwei Jahren 2019. Und dabei war nur die Außengastronomie geöffnet und es war wohl arschkalt. Also der Brite hat es sich gegeben. Ist das nicht ein schönes Bild? Ich habe so ein Video gesehen, ich glaube aus Leeds. Da gab es die erste zünftige britische Straßenschlägerei. Ach herrlich. Mit so Damen auch in kurzen Röckchen. Die haben sich da geprügelt mit Fußballfans. Und die Zähne flogen. Und da drüber hat irgendjemand getwittert Nature is healing. Das fand ich sehr gut. Was die immer machen, die Engländer, was die immer toll finden, ist, die kriegen ja irgendwoher immer diese weißen Plastikstühle. Die werfen immer mit weißen Plastikstühlen. Und ich denke, wo haben die die jedes Mal her? Aber ich will das auch schon mal hier ankündigen. Es wird so sein. Auf einmal heißt es, man darf wieder raus und man darf draußen mit anderen Bier saufen. Und da will ich jetzt einfach hier nur mal sagen, vor Gott, vor Jesus und vor euch, egal zu welcher Uhrzeit diese Nachricht hier reintun, wenn ich diese Push-Benachrichtigung hier bekomme, ob da Podcast ist, ob es morgens um neun ist, da macht es zisch. Und dann seht ihr mich erst 24 Bier später hier wieder. Dann kotze ich in die Tastatur und dann gehe ich nach Hause. Amen. Alles Gute. Alles Liebe. Na, hat es euch Spaß gemacht? Diese Folge Baywatch Berlin wurde euch präsentiert von O2. Sexy. Dem sehr guten Netz. Zum sehr guten Preis. Bis zum nächsten Mal. Baywatch Berlin Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.